Hi, mein Name ist Sascha Feldhorst, ich bin Mitgründer der Motion Miners GmbH und bei uns im Startup leite ich die Hardwareabteilung. Dank unserer Motion Mining Technologie können wir in der Produktion und Logistik Arbeitsprozesse nicht mehr mit dem Klemmbrett, sondern mit Sensoren und KI analysieren. So erhalten wir einen ganzheitlichen Einblick in die Effizienz und Ergonomie der Arbeitsprozesse und können beides für die Mitarbeiter verbessern. Zudem haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir mit unserer Technologie Unternehmen bei der Umsetzung von Corona-Maßnahmen unterstützen können. Dabei ist die Motion Mining Tracing Solution entstanden, ein Präventionstool, das automatisch Kontakte innerhalb der Unternehmen dokumentiert und die Mitarbeiter bei der Einhaltung von Hygienemaßnahmen unterstützt. Bisher haben wir über 30 Kunden gewonnen und mit diesen über eine Million Euro Umsatz erzielt. Dabei waren wir in über zwölf Ländern weltweit tätig, darunter auch Kanada und Malaysia. Und mit dem Healthcare-Bereich haben wir uns in diesem Jahr sogar einen vollkommen neuen Marken erschlossen. Wir sollten gewinnen, weil Worms der Mensch im Fokus steht. Wir wollen Technologie nicht einsetzen, um ihn zu ersetzen, sondern um effizientere und gesündere Arbeitsbedingungen zu schaffen. Wolff Plus, stay in motion.